Yu-Gi-Oh! Wurde vor einem Live-Publikum gedreht. Hey Joey, Erde an Joey! Hey, bist du noch da? Du bist dran! Sorry, Yu-Gi. In dieser Stimme zu sprechen, macht es ganz schön schwer, mich auf das Kartenspiel zu konzentrieren. Ich weiß, was du meinst. Meine Stimme klingt auch ziemlich verrückt. Ich denke darüber nach, sie zu ändern. Nur so nebenbei. Mein Großvater hat eine super seltene Karte. Groovy! Super seltene Karte? Das klingt so vage, das kann nur der weiße Drache mit eisgeltem Blick sein. Und weil ich ein milliardenreiches Kind bin und ein riesiges Spielunternehmen besitze, habe ich selbstverständlich nichts Besseres zu tun, als dem nachzugehen. Opa, kannst du uns bitte deine super seltene, unglaublich schokoladig falsch beschichtete Mega-Super-Karte zeigen? Ja klar, wieso nicht? Also hier ist er, der weiße Drache mit eisgeltem Blick. Das ist der schlechteste Name für einen Monster, den ich je gehört habe. Ich bin hier wegen dem weißen Drachen und ich werde ein Nein nicht als Antwort akzeptieren. Und jetzt, gib ihn mir! Nope. Verdammt, wieder ein Fehlschlag. Ich werde den Schlägertypen anheuern, um dich zu kidnappen. Ich bin Milliardär, also wird niemand auch nur daran denken, mich zu verklagen. Dieser Kaiba-Junge sollte mal flachgelegt werden. Total. Hallo, Spiegelladen? Ich habe deinen Großvater gekidnappt, Yugi. Und dann habe ich ihn zum Boden duelliert. Also könntest du herkommen und einen Krankenwagen für ihn rufen? Ich habe viel zu viel Geld, als dass man erwartet, dass ich es selber mache. Warte, wer ist das? Großvater, bist du okay? Aus irgendeinem Grund hat mich ein Kartenspiel stark verletzt. Das ist korrekt. Und jetzt, seht euch das an. Großvater Spezial super selten unglaubliche Superkarte. Wieso zur Hölle hast du das getan? Damit sie niemals gegen mich eingesetzt werden kann. Wenn das so ist, wieso zerreißt du doch nicht jede Karte auf der ganzen Welt? Schnauze und duelier dich. Keine Sorge, Opi. Ich gewinne das Duell mit deinem Deck. W-warte kurz. Ich wurde verletzt, also klausest du mein Deck und gehst Kartenspiel mit deinem Erzrivalen? So in etwa. Wo sind deine Eltern, wenn man sie mal braucht? Kommt alle her! Ich markiere uns mit einem speziellen Zeichen. Äh, nichts gegen dich, Teea. Aber ist das nicht permanent, Marker? Oh. Wups. Sag mal, wieso trägst du das Ding überhaupt mit dir herum? Ich bin eine Kleptomanin. Ich hab ihn aus der Schuhe geklaut. Hey, wo ist mein Geldbeutel? Kaiba hat ihn. Zeit für ein Duell. Warte, sind deine Hoden in den letzten 50 Jahren gewachsen oder so? Was so alles mit deiner Stimme passiert? Heiliger Ra. Echte Monster. Eigentlich sind sie nur super fortgeschrittene Hologramme. Was allein nicht dem Zweck dient, um das Erlebnis eines Kindergartenspiels zu steigern. Okay, ernsthaft jetzt. Willst du mich ver... doch mal verarschen? Wer verschwendet so viel Geld für so etwas? Der gleiche Typ, der den den haarigen Pharaonen ausstrittet und zwar mit drei weißen Drachen mit eiskalten Blick. Sekunde, hast du gerade mehrere Monster auf einmal in einem Zug beschworen? Ja, na und? Das ist gegen die Regeln, nicht wahr? Scheiße auf die Regeln. Ich hab Geld. Und jetzt zieh deine letzte armselige Karte, damit ich die fertig machen kann. Das Deck meines Großvaters hat keine armselige Karten, Kaiba. Außer vielleicht Koribo. Aber es enthält auch die hier. Die unbesiegbare Exodia. Ah, Exodia. Das ist unmöglich. Niemand hat es jemals geschafft, sie zu beschwören. Echt jetzt? Ist es, weil diese Karte so selten ist? Nein, es ist, weil dieses Spiel keinen Sinn ergibt und keiner konnte herausfinden, wie man es macht. Keiner außer mir? Exodia, exterminiere. Großer Bruder, ist es jetzt Zeit für meinen Auftritt? Wie? Wie konntest du Exodia beschwören? Kaiba, wenn du es wirklich wissen willst, dann sprich zur Hand! Ich hab mich eingenässt! Mr. Pegasus, der ehemalige Duel-Monsters-Champion Kaiba, wurde von einem jungen Nams Yugi besiegt. Außerdem ist es Zeit für ihr Schaumbad. Mmh! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde! Hehehehe! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde!